so das ist icon a5 x i6 ist schon ins test ok mal gucken Der Wurfstart ist anscheinend schwierig für mich, wenn man dort hängen und wir rein, muss man echt viel Gas gehen. Der Wurfstart ist anscheinend wichtig für mich, wenn man dort hängen und wir rein, dass 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 man dort hängt und wir rein, dass man dort hängen und wir rein, wenn man dort hängen und wir rein, dass man dort hänger пош hope. Beinahe, aber noch fliegig. Gucken wir, was es da hinten hat. 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 Na, da hatten wir einen schönen großen Heli da hinten. Gucken wir, was es da hinten hat. Gucken wir. Gucken wir, was es da hinten hat. 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 Gucken wir, was es da hinten hat.